WR22 ist ein Regenarmittel für oxidiertes Bitumen, das die Erstellung von neuem Asphalt durch Wiederverwendung von bereits gefresstem Strassenbelang ermöglicht. Mit Hilfe einer Fräschmaschine, die die richtige Menge an Regenarmittel dosiert, man kann mit WR22 fräsen und gleichzeitig Umungen mit dem gefressten Strassenbelang vermischen. WR22 kann verwendet werden, um beschädigte Strassenbelang zu ersetzen und wiederherzustellen, ohne dass ein neuer Heissmissasphalt verwendet werden muss. Nach einer schnelleren Fixierung mit einem Rechen kann das Material mit einer Walze oder einer Ruttelplatte verdichtet werden. Sobald das Material verdichtet ist, kann die Strassen wieder für den Werker freigegeben werden.